Was geht ab meine Überlebenskünstler und willkommen zu diesem Video. Ich habe zwei Informationen für euch, deswegen startet dieses Video jetzt mal ein bisschen anders wie gewohnt. Die erste Information ist, leider musste ich das Intro abändern. Ich hatte leider keine Berechtigung für diesen Soundtrack, den ich benutzt habe. Und bevor ich natürlich einen Strike kriege und keine Videos mehr für euch produzieren kann, habe ich mir gedacht, ich ändere das Ganze ab. Lasst euch überraschen, der zweite Soundtrack ist auf jeden Fall genauso geil wie der erste. Die zweite Information ist, in diesem Video treffen wir auf andere Online-Spieler und wir wollten In-Game-Chat mit denen kommunizieren. Leider sind die etwas leise ausgefallen, deswegen habe ich das Ganze mit Untertitel versehen. Also nehmt es mir nicht übel, versprochen, beim nächsten Mal werde ich darauf aufpassen, dass ihr sie laut genug hört. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Video. So, ihr seht schon, wir wollen hier einfach nicht lange rumfackeln. Steffen will da hochklettern und dem Zombie den Garaus machen. Digga, das dauert mir einfach zu lang, da machen wir es einfach so. Oh, das ist wie in der Schule damals, wenn man sich in der... Ich weiß nicht, ob der Schuss auf mich ging. Komm her, ja, ging er, ging er, komm rein. Hey, buddy. Hello. Okay. Ich check rechts. Ich mach ganz kurz die Begrüßung. Eine MP. Oh Gott. Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einem weiteren DayZ-Gameplay. Wir sind immer noch bei den Barracks und wir haben tatsächlich neuen Loot hier auf dem Boden. Leute, da liegt eine MP. So, also ich denke mal, unser Ziel für heute ist es, richtig zu equippen und dann laufen wir, glaube ich, weiter Richtung Norden. Es kann aber auch gut möglich sein, dass wir weiter Richtung Küste laufen und uns da eine neue Mission aufheißen. Lasst euch überraschen. Okay, Digi, ich habe eine MP. Jude. Warte mal ganz kurz. Ich mache da ganz kurz die Magazine Fool. Oh mein Gott, die ist ja voll equippt, aller mit Griff, mit allem. Aber nicht. Ich schwöre. Warhalla. So kann das doch mal laufen, Leute. Digi, wo bist du? In der letzten Barrack, glaube ich. Bist du auch mal komplett durch? Ja. Oh Gott, bist du. Hallo. Hey Digga, das war echt knapp, ich schwöre dir. Ich hätte gleich wie ich etwas abgedrückt habe, ich habe nur einen Busch gehört. Hast du unten schon drin? Nein. Ich bin gleich hochgelaufen. Also da bringt es gar nichts zu reden in dem Spiel. Irgendwie. Meinst du? Wie die Leute schreiben, es ist wirklich so. Guck mal, gestern, ich habe dem nichts getan, ich habe in einem Zombie gekriegt, verdammt kann. Ja, aber vielleicht hätten wir ihn auch nicht gleich erschießen sollen, sondern ich habe ihn, ich habe ihn niedergeballert, aber wir hätten ja rein theoretisch hätten wir ihn fesseln können. Achso, du mal jetzt warst, dass er mich erschießt, ja. Nein, nein, wir hätten ihn fesseln können. Ja. Und dann hätten wir seine Eltern angerufen und hätten einfach Lösegeld verlangt. Bei einem Zwölfjährigen, der dieses Spiel spielt. Okay, da ist ein Zombie. Oh, ist schon schwierig, da was zu sehen, da sind so viele Sandsäcker und so viele Zelte. Ja, aber jetzt rüste ich meine Dinger aus, meine Pumpe, die dann wieder reinlaufen. Okay. Dann bewegen wir uns, also ich bewege mich mal ganz kurz zu den Sandsäcken ganz nach vorne. Und dann chill ich erst mal an den Sandsäcken und beobachte noch ein bisschen. Und nicht, dass wir eine böse Überraschung kriegen. Ich würde sagen, es sieht gut aus. Eigentlich schon, aber du weißt nie, ob irgendeiner gerade im Zelt ist und sich equippt oder so. Naja, klar. Wahrscheinlich nicht, weil die hier schon alles leergeräumt haben. Ich bin ein Zelt neben dir in dem Doppelzelt. Ich guck mal, was da oben noch ist. Da oben liegt ein Handstück, so wie das aussieht. Murksen wir sie halt einfach mal ab. So, komm mal her, Kollege. Oh, der gehört mir. Oh Gott, du hast mich getroffen, Digga. Na, aber nicht. Doch, ich blute. Chill ganz kurz, bevor du aufmachst. Ich bandagiere mich ganz kurz, weil der Steffen mich töten wollte und nicht den Zombie. Okay. Ich würde mal sagen, ich behalte mal die MP in der Hand. Weil nicht, dass das nochmal passiert wie gestern. Ja, jetzt halt doch die Klappe da oben. Als ob das geht. Nein, ist gut. So, ihr seht schon, wir wollen hier einfach nicht lange rumfackeln. Steffen will da hochklettern und den Zombie den Garaus machen. Ich beobachte das Ganze, wie er kläglich scheitert. Ich brauche Kondition, ich komme nicht hoch. So weh dann. So, dann werfe ich doch den Hut auch mal in den Ring und probiere es auch. Okay, ich bin schon mal hier oben. Jetzt nehme ich das Beil und renne da einmal rüber und springe und das geht halt einfach nicht. Digga, das dauert mir einfach zu lang. Da machen wir es einfach so. Oh, jetzt sollten wir vielleicht rennen. Da ist ein Zombie, der direkt auf mich zurennt. Was mich interessiert, erwischt der mich hier oben? Nee, der sitzt als Beifahrer da drin und denkt sich, was für ein schöner Tag. Oh, das sind ein paar mehr Zombies. Jawohl, jetzt geht es anscheinend völlig ab und die wollen alle nur dich? Okay, Digga, jetzt wird es komisch. Ich sperre mich mal ein, Digga. Wie? Das sind zu viele. Mach mal, ich mach zu, Digga, komm rein. Okay. Okay. Ja, okay, jetzt ist einer nur noch. Jetzt du einen, ich einen. Fertig. So, da sind sie ja umgefallen. Wie nasse Säcke. Nichts. Nichts demolieren. Weißt du, wegen sowas lasse ich wieder meine Kleidung demolieren. Kracke. Es hätte ja was Gutes dabei rauskommen können. Hast du doch Klebeband? Falsche Frage, am falschen Zeitpunkt. Nein, tut mir leid. Ja, warte. Ja, ja. Was der mir gibt. Klebeband. Das reicht, um einmal zu reparieren. Wie im Leben. Natürlich, guck. So, wie ihr es hören könnt, Trevnix hat auf jeden Fall wieder bessere Laune, weil er wieder einen besseren Rucksack hat. Ja. Und sagt mir noch nicht einmal Bescheid. Aber ihr werdet sehen, ich werde jetzt auch einen finden. Gleich eine Bracke weiter drüben. Komm rein. Wir schlagen auf ihn ein. Oh, shit. Oh, ich gehe weg von dir. Kriegst du ihn? Oh, das ist wie in der Schule damals, wenn man sich in der... Ich weiß nicht, ob der Schuss auf mich ging. Komm her, ja. Ging her, ging her, ging her. Komm rein. Ich muss mich kurz verbinden. So, Leute, da ging jetzt gerade ein Schuss auf uns. Da gibt es wieder jemanden, der uns tot sehen will. Und wir müssen ihn wahrscheinlich einfach wieder umbringen. So, mich würde jetzt erstmal interessieren, wo der war. Ja. Weil in den oberen Gebäuden... Ich gucke gerade ins Fenster da oben rein, direkt in dem Gebäude vor uns. Ich glaube nicht, dass der da war. Ich kann mir vorstellen, wo der ist. Der muss auf jeden Fall hier gerade außer irgendwo sein, ne? In dieser anderen Baracke. Weil da ist die Tür zu. Warum ist das Tür zu? Siehst du das? Ja, ich sehe es. Hätte der aber durchs Fenster geschossen, wäre doch das Fenster kaputt. Ah, nee. Die Fenster gehen nicht kaputt in dem Spiel. So, Leute, wir gucken, wer da Stress macht. Da hinten schießen auf jeden Fall welche. Wir haben uns natürlich gedacht, ja, uns nur beim Looten zuzugucken, ist vielleicht nicht ganz so spaßig. Deswegen rennen wir doch einfach mal in den Kugelhagel. Digi, also, renn mal gechillt. Ja, 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 ich will nur schnell, schnell, schnell in Deckung. Ist auf jeden Fall ein Gewehr und eine Schrotflinte gewesen, Digga. Ich habe halt einfach kein Scharfschützengewehr mehr. Das ist natürlich sehr belastend. Aber was soll man machen? Ich gehe fort zur Mauer. Kann ja auch sein, dass wir hier Freunde finden. Nicht nur Feinde. Garantiert. Ich pushe weiter zu den Barracks nach vorne. Gibst du mir Deckung? Ja, ja, ja. So, Leute. Wir sind nah am Geschehen. Es könnte gleich vorbei sein. Hier scheint es relativ ruhig zu sein. Ja. Oh, mein Gott. Da hinten geht es ab, Alter. Ich glaube, ich sehe sogar einen. Wo? Siehst du den roten Container direkt vor uns, an dem Zaun? Ich glaube, dort in der Baracke chillen die gerade drin. Siehst du sie? Da läuft einer. Oh, ich habe kein Visier drauf. Das ist so eklig. Sollen wir hinter die Lagerhalle rechts und von dort... Warte mal, wo, Digi? Ich muss erst mal... Guck mal auf den Zaun direkt vor uns. Mhm. Und da ist so ein roter Container. Da rennt gerade die ganze Zeit einer rum. Das ist natürlich sehr belastend, dass ich mein Scharfschützengewehr weggeschmissen habe. Aber was soll man machen? Man muss damit kämpfen, was man hat. Kein Tempo noch rum. Äh, nee, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der war links neben dem roten Container. Da hat er sich auf jeden Fall bewegt. Aber dort muss er eigentlich noch sein. So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Action und bringe mich hier fast selber um. Wo bist du? Ich bin unten jetzt an der Lagerhalle. Äh, ich würde sagen, wir bringen jetzt einfach mal ein bisschen Action. Wenn wir unten am Zaun sind, hat er eh keinen Schuss mehr auf uns. Aber vielleicht sehe ich ihn dann auch. Müssen wir aufpassen, hier sind überall Zombies. Ja, wahrscheinlich, dass der Zaun so riesig ist. Ja, aber das Einzige, was uns jetzt helfen würde, ist wirklich schnell zur Mauer vorne pushen, dass er uns nicht kriegt. Wenn wir mal im Gebäude sind, dann gibt es halt, ja, dann gibt es halt einen Häuserkampf. Aber wir müssen da erst, ja, ich sehe ihn oben bewegen. Ich sehe ihn oben laufen. Rechts oben im Fenster. Ich sehe ihn. Ich glaube aber auch, dass der uns schon gesehen hat. Komm, ich push vor zur Mauer. Bleib du mal hocken. Bleib du mal hocken. Okay, let's go. Let's go, ich bin unterwegs. Ich sehe einen. Ich sehe einen hier bei mir. Hey, buddy. Can you talk? Okay. Hey, buddy. Hello. Hello. Hey buddy, hello, can you talk? Hey guys. We are from Germany, so are you friendly? So I can trust you. Okay, I know, that's DayZ, so trust is very difficult. Yeah, we hear the shots, so we want to look. Okay, so you know there is a snap in the control center. Sorry, I was too far away. Okay, so do you need something, food or drink? Okay, Stefan. Okay, thanks. Okay, Stefan. Okay, so don't shoot. Okay, so we rush to the house. Okay, also die da drin sind wohl freundlich. Okay. 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 Ich check rechts. Schüsse! Auf dich! Okay. Kannst du sprechen? Okay, es kann ja sein, dass er immer noch hier drin chillt, vorsichtig machen wir die Türe auf, Vorsicht, Zombie, ja lass mal kurz chillen, okay, Leute, also wir haben wohl zwei freundliche Spieler gefunden, ob man denen wirklich trauen kann, das weiß man natürlich nicht, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall ganz nach oben, wir haben gerade eben gesehen, dass hier einer ausgelockt hat, wie eine räudige Pussy, ja, buddy, you're upstairs, Oh, okay, so you're friendly, vorsicht, der sperrt ab, okay, you're friendly, vorsicht, der sperrt ab, okay, You're looking out, why, we are friendly, hey, buddy, we are friendly, so we want to play together, we want a little bit team up and everything, buddy, Da lockt halt einfach der Zweite aus, was ist denn los auf der Konsole, hey, buddy, you're still there? Nee, der hat aber oben abgeschlossen, wir haben jetzt natürlich gerade sehr, sehr viel Zombie-Aggro hier, daher müssen wir einfach ein bisschen warten, aber das war jetzt schon der Zweite, der ausgelockt hat, wie eine kleine Bieb! Hey, buddy, we don't want to shoot, so talk with us! No, 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 we arrived for 5 minutes, maybe, so two guys in the left building from this control center, these two guys kill your buddy, so we asked them who shoot, and they say you shoot, and then we want to look, so we want, we don't want to trouble, Du hast einen Lockpick. Ja, ich weiß. Die erste Tür ist geschlossen. Du geschlossen auf der 3rd Floor? Okay, so du geschlossen die Tür, upstairs. Okay, so du bist safe. Okay, nice, nice. Okay, so these two guys in the left building are the enemies. Yeah, they're still there. They're waiting. But now you tell me, okay, these two guys are bad guys. So, we want to check it out. Oh. Okay. Okay, we leave this building. And I hope you don't shoot out of the window. Okay, bye. So, good luck. So Leute, wir haben Spieler gefunden in dem Kontrollzentrum am Airfield. Das Gute war, sie waren wohl freundlich gestimmt. Aber das erste Team, mit denen wir geredet hatten, die wohl nicht. Die wollten, oder haben besser gesagt, wohl einen Teamkameraden von den anderen. Jetzt halt doch mal die Lapp, wenn ich rede, du heftiger Zombie. Die haben wohl auf seinen Freund geschossen. Und er hat sich natürlich nur verteidigt. Der Gute, man hat es aber auch in seiner Stimme gehört, der war natürlich sehr angespannt und hatte Angst. Aber wir können sie nicht übel nehmen. Auf jeden Fall hat sich die Situation sehr, sehr schnell geklärt. Und der Trefnix, der morgst hier einfach wieder ein Zombie ab auf offener Straße. Okay, Leute. Wir waren dann auf jeden Fall am Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.